Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Postelion Video News. 14 Mal die Bewertung mangelhaft, so vernichtend fiel das Urteil der Stiftung Warentest selten für eine ganze Produktklasse aus. Und das bei einem Produkt, das in so ziemlich jedem Haushalt zu finden ist. Die Produkttester nahmen Schuhlöffel verschiedener Hersteller unter die Lupe und stellten fest, dass nahezu keines geeignet ist, um damit ordentlich Schuhe zu essen. Alle getesteten Schuhlöffel wiesen praktisch identische Mängel auf. Viele verfügen über einen unnötig langen Griff und die Löffelfläche ist in der Regel deutlich zu schmal. Damit ist es nahezu unmöglich, einen Schuh vom Teller aufzuheben. Überhaupt, so mutmaßt Stiftung Warentest, stelle sich die Frage, ob Schuhlöffel nicht generell das völlig falsche Instrument zum Verspeisen von Schuhen sein. Da Schuhe in der Regel nicht flüssig, sondern fest sind, wären Schuhmesser und Schuhgabel nach Meinung der Experten die vielversprechendaren Werkzeuge. So negativ wie die 14 Schuhlöffel haben in der Geschichte der Stiftung Warentest nur wenige Produkte abgeschnitten. Vergleichbar ist allenfalls ein Test von 1993, als 13 Wasserhähne mit mangelhaft bewertet wurden, weil keiner von ihnen krähen konnte.